Gönn dir eine Auszeit und deinen Füßen ein Abenteuer. Herzlich willkommen im Barfußpark Lüneburger Heide bei Egesdorf. Stell dein Auto oder Wohnmobil auf dem großzügigen Parkplatz ab, Karte kaufen, Wertsachen in den kostenlosen Spinn packen und los geht's. Auf insgesamt 14 Hektar kannst du durch Schlamm warten, den Kräutergarten mit allen Sinnen genießen, tief durchatmen im Salzineum oder deinen Mut bei der Dschungelbrückenüberquerung unter Beweis stellen. Übrigens, es ist die längste freitragende, barfußbegehbare Hängeseilbrücke in Norddeutschland. Insgesamt 60 Erlebnisstationen warten auf dich, alles inmitten wunderschöner Natur. Zum Schluss geht's in die Fußwaschanlage. Nimm dir dafür am besten ein Handtuch mit, um fix wieder in die Schuhe schlüpfen zu können. Falls du danach Hunger haben solltest, gibt es ein Restaurant gleich angrenzend mit richtig leckerem Essen. Guten Appetit! Erlebt den Barfußpark mit Freunden, als Familie oder auch als ganze Kindergartengruppe oder Schulklasse. Für alle gibt es im Barfußpark Egesdorf tolle Angebote.